Wenn Sie anfangen, sich mit universitären Texten zu beschäftigen, dann werden Sie mit einer Vielzahl von Textsorten in Berührung kommen. Einige Textsorten, wie beispielsweise Essays, Seminararbeiten oder Laborprotokolle, müssen Sie selbst produzieren. Andere nicht, wie beispielsweise Lehrbücher. In dieser zweiten Kategorie müssen Sie sich dennoch gut genug auskennen, um die für Sie relevanten Informationen möglichst schnell zu finden, um Sie beispielsweise in Ihre eigenen Arbeiten einbauen zu können oder für eine Prüfung zu lernen. In dieser Lektion vermitteln wir Ihnen deswegen die wichtigsten strukturellen und auch sprachlichen Besonderheiten verschiedener wissenschaftlicher Textsorten. Dazu haben wir Studierende und Lehrende aus unterschiedlichen Fächern eingeladen, das Thema aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten. Wir versorgen Sie außerdem mit Übungen und Handouts und laden Sie ein, sich mit dem Thema Textsorten und der Wissenschaftssprache auseinanderzusetzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg!